Hi Freunde und willkommen zurück zu diesem neuen Video und ich würde sagen, wir starten dieses Video direkt mit einem Disclaimer. Ich möchte hier nämlich Missverständnisse gerne aus dem Weg räumen. Ihr habt mitbekommen, dass dieser Kanal Shirin Asami gehört. Hi, ich bin Shirin Asami. Dieser Kanal hat sich schon seit Jahren mit diversen Themen befasst und das bedeutet auch, zu jedem Thema gab es zum Schluss immer meine Meinung. Meine subjektive Meinung. Dieser Kanal wird nicht von irgendjemand anderes geführt oder was auch immer. Das ist mein persönlicher Blog. Hier werdet ihr meine persönliche Meinung finden. Das will ich hier einmal anmerken. Das bedeutet auch, zu diesem Thema werdet ihr meine persönliche Meinung finden. Die zweite Sache ist, und das merke ich gerade in Deutschland, YouTube Deutschland, hat sich wahrscheinlich immer noch nicht ganz dran gewöhnt, dass es dieses Format gibt von Commentary Channel. Das ist auch mein Channel. Ich mache Commentary und das seit 2020. Also wer auch generell mit dem kompletten Videoformat ein Problem hat, bitte auch wieder. Ihr habt die Möglichkeit, das Video zu schließen und euch am besten Dokumentarfilm oder sowas anzugucken. Das wollte ich unbedingt loswerden, bevor wir dieses Video starten. Also liebe Freunde, das Thema ist leider nicht ganz vorbei. Ich glaube, wir hatten das in den letzten Wochen schon ein paar Mal diskutiert. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Video zu dem Thema, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich bin ehrlich gesagt über das Interview sehr erschrocken, was es jetzt gibt. Das Interview gab es im SWR zu sehen. Murat war dort zu sehen, wie er über Sally geredet hat. Ich finde, dieses Verhalten muss einfach angesprochen werden, um vielleicht so auch ein bisschen eine Diskussion auszulösen, weil ich denke, nach diesem Interview gab es noch mal mehr Hate Sally gegenüber. Ich bin nicht die Beschützerin von Sally, aber ich finde einfach, gesellschaftlich ist es ein sehr, sehr großes Problem, weil wie schon in der Vergangenheit gesehen, Sally kann auch in dem Fall Baby sein oder Paola oder wer auch immer. Ich finde, gesellschaftlich muss sich da wirklich was ändern. Das geht gar nicht. Die Kommentare, die ich wieder gelesen habe zu diesem Interview, das Verhalten von einigen in den Kommentaren geht meiner Meinung nach nicht. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal ein paar Passagen von diesem Interview an. Wenn zwei Sterne zusammenknallen und so war es wirklich und daraus eine neue Welt entsteht. Das war so voller Liebe und Zuneigung und Aufopferung und ja, war echt heftig. Irgendwann gab es dann das öffentliche Zitat der Trennung. Sally hat über Instagram, glaube ich, war es veröffentlicht, die letzten Jahre stand unsere Beziehung unter großem Druck. Wir sind Eltern, waren Liebes- und Geschäftspartner. Die Grenzen verschwimmen. Wir haben uns auseinandergelebt, sodass ein Miteinander immer schwerer wurde. Wir sind gescheitert. Das wurde veröffentlicht. Wie haben Sie diesen Tag erlebt, als das öffentlich gemacht wurde? Also, wenn man sich trennt, liebt ein Herz immer mehr als das andere. Das ist einfach so. Das ist eine Passage. Wir gehen auch auf weitere ein. Erstens würde ich sagen, dass nicht ein Herz mehr liebt unbedingt als das andere. Die zweite Sache ist, ich glaube einfach, dass es bei Murat persönlich, wenn ich das Video angucke, diese Sequenz speziell, darum geht, dass ihm bewusst wurde, dass dieses ganze Imperium, was sie aufgebaut haben, plötzlich hat er keinen Zugriff mehr drauf, weil es ja eigentlich zu 90 Prozent aus Sally bestand. Also, weil sie einfach vor der Kamera war. So meine ich das. Das Geschäft würde einfach nicht laufen, wenn Murat plötzlich jetzt vor der Kamera wäre. Es war halt einfach Sally. Sally hat damit gestartet. Aber ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, ob es dafür irgendeine psychologische Erklärung gibt oder einen psychologischen Zusammenhang. Aber Murat hat genau das Gleiche getragen, wie vor einem Jahr in dem gleichen Interview mit demselben Interviewer, wo Sally noch dabei war. Und ich frage mich, ob das bewusst war, dass er sich dafür entschieden hat, das zu tragen. Ich weiß nicht, was genau der Sinn dahinter war, aber fand ich schon sehr merkwürdig, wie auch immer. Das ist einfach so. Und ich habe das nicht so gesehen. Ich habe gedacht, vielleicht schaffen wir es einfach. Aber der Druck, der war so extrem groß, weil wir hatten wochenlang, auch aufgrund meiner Mutter, weil ich ja wochenlang bei meiner Mutter war, wo sie mich um sie gekümmert haben, keine Bilder mehr zusammen gehabt. Und dann ist so ein öffentlicher Druck passiert. Warum gibt es keine Bilder mehr? Warum sieht man den Murat nicht? Und ich denke halt, dass sie diesen extremen Druck hatte und es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Ich persönlich glaube nicht, dass nur wenn man keine Bilder mehr als Paar postet, dass man dann, keine Ahnung, sich anschließend trennt. Und irgendwie ist es so das, was ich so ein bisschen raushöre, was totaler Bullshit ist. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass es schon vorher auf jeden Fall gravierende Probleme gegeben haben muss, die sicherlich auch intern diskutiert worden sind. Ich denke schon, dass wirklich die Öffentlichkeit, wenn deine Beziehung in der Öffentlichkeit steht, dass es etwas macht in der Beziehung. Okay, weil es gibt immer Menschen, die Partei ergreifen. Selbst wenn ihr zusammen seid und eigentlich alles super gut ist. Mal wird zum Beispiel in einigen Sequenzen vielleicht zu viel hineininterpretiert, wie man es eigentlich gar nicht meint und so weiter und so fort. Sowas kann eventuell schon zu Streitigkeiten führen. Deswegen kann ich diese Passage schon sehr nachempfinden, dass es halt sehr anstrengend sein kann, wenn man eine Beziehung öffentlich führt. Aber ich glaube nicht, dass wenn man keine Bilder mehr zusammenpostet, dass dann der Druck so krass ist, so enorm auf einen, dass man dann sagt, ja okay, ich trenne mich jetzt. Das ist irgendwie voll bei den Haaren herbeigezogen. Wir hatten gar keine Zeit zu heilen, zu reden und ich habe es auch nicht kapiert. Also Sie haben gemerkt, es knirscht, aber Sie haben noch die Hoffnung gehabt, es wird wieder. So ist es. Sie haben die Hoffnung noch gehabt. Ich habe gemerkt, es geht in die falsche Richtung. Aber das Problem ist, wir waren ja nicht mehr alleine. Es ist ja nicht mehr so, Murat und Sally reden miteinander, sondern Murat und alle reden miteinander, verstehst du? Und da war wirklich auch, alles von außen ist eingekracht und das muss man halt auch verstehen, wenn man so einen Druck bekommt in der Öffentlichkeit. Und dann hat sie es einfach gemacht und es war schlimm für mich, weil ich war am Tag davor noch in der Sendung oder ich war in der Sendung und dann wurde auch die Frage gestellt. Also da hört man es, es waren schon vorher Probleme da. Deswegen wundert es mich voll, dass Murat die ganze Zeit sagt, ja das Ganze kam aus dem Nichts. Er wusste von gar nicht, please, das kann niemals aus dem Nichts kommen. Er sagt ja auch, wir hatten keine Zeit zu heilen, weil ständig irgendwas war. Und ich glaube auch, man muss sich nicht unbedingt streiten und dann auseinander gehen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es im Stillen passiert, wenn nämlich plötzlich jeder sein eigenes Leben lebt. Er ist mit seiner Mutter beschäftigt, er hat andere Dinge zu tun, sie hat andere Dinge zu tun. Und dann ergibt sich das irgendwie. Aber ich glaube schon, dass du gut fühlen kannst, dass man sich disconnected von seinem Partner fühlt. Und das ist keine Sache, die von heute auf morgen passiert, so wie Murat das versucht zu sagen. Er hat keinen Plan, woher das auf einmal kommt. Sondern ich bin mir so, so sicher, dass das über einen sehr langen Zeitraum geschehen ist. Das hört sich für mich so an, als hätte Sally schon öfter vielleicht das Problem angesprochen. Aber Murat hat es nicht so ernst genommen, dass er gedacht hat, okay, es steht wirklich kurz vorm Aus. Und das ist ein Phänomen, das man ja tatsächlich sehr oft hört, genau in dieser Konstellation. Und ich sage nicht, dass es bei jedem Mann so ist und bei jeder Frau. Aber man hört es genau in dieser Konstellation so, dass Frauen häufiger wohl das Problem ansprechen. Man aber als Frau wohl häufiger auf taube Ohren stößt. Oder der Mann halt denkt, es ist noch genug Zeit, irgendwie was zu erinnern. Oder man kommt nicht aus dem Puschen. Und dann am Ende, zack, bumm, jetzt ist es plötzlich eine Überraschung für mich, dass sie sich trennt. Ihr könnt euch aber zu diesem Thema wirklich sehr gerne Informationen suchen, die von Paartherapeuten angesprochen wird. Genau so, wie ich das gerade sage, was sie selbst aus ihrer Beobachtung feststellen. Nämlich, dass Frauen häufiger dazuneigen und Männer halt eben häufiger dazuneigen. Und dann wurde auch die Frage gestellt, wie ist die Beziehung und alles. Ich wusste zwar, dass die Beziehung am Kippen ist, aber ich habe immer noch die Hoffnung gehabt. Und ich finde sie als Frau toll. Also wenn ich eine Frau backen würde in dem Fall, dann würde ich diese Frau backen. Das ist wirklich so. Und dann plötzlich bist du im Auto und kriegst es dann mit. Und dann bist du im Schock. Und dann denkst du, boah, fuck. Und dann weißt du, es gibt keinen Weg mehr zurück. Es gibt keinen Weg. Und alle wissen, ich habe mich auch geschämt, weil ich habe mir immer gedacht, was erzähle ich den Menschen? Weil er sich in meinem Wissen gescheitert. Und ich konnte noch nicht mehr mit den Kindern reden. Und es war einfach nur, es war einfach schlimm, dieser Druck von außen, der auf sich drauf kam. Und es hat sie überrascht, diese Nachricht. Hört man ja raus. Sie wurden dann ja auch gefragt, Ihre Community ist sehr aktiv, hat auch gefragt, was war denn los. Und sie haben dann gesagt, ich habe selber über die Zeitung erfahren. Erst haben es die Geschäftspartner erfahren einen Tag vorher, dann die Mitarbeiter und die Bild-Zeitung hat es dann als erstes rausgehauen. Und ich wusste es, bevor sie mich dann persönlich davon in Kenntnis gesetzt hat. Ihr wisst ja, was mich an der ganzen Sache wirklich so ankotzt und dass ich an diesem Verhalten einfach so vieles auszusetzen habe. Punkt Nummer 1. Sagen wir auch, selbst wenn es so ist, und in dem Fall ist es ja so, dass Sally per WhatsApp Schluss gemacht hat oder keine Ahnung, dass andere vorher davon wussten als er selbst. Ist eine scheiß Aktion? Das auf jeden Fall. Und ich versuche ihr Verhalten überhaupt nicht zu entschuldigen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es vorher schon Diskussionen gegeben hat zwischen den beiden. Ich meine, er hat ja selber gesagt, es war schon vorher kritisch. Er hat halt nur nicht damit gerechnet, dass es so kritisch war, dass es am Ende zum Schluss kommt. Also zum Schluss machen kommt. Ich glaube, Sally hat in ihrem Post explizit darum gebeten, um Privatsphäre gebeten. Murat denkt, also er stellt in dem Fall sein eigenes Gefühl oder seine eigenen Emotionen in den Vordergrund, weil so ein Verhalten einfach nicht geht. Ich finde, das zeigt einfach purer Egoismus, dass er jede Situation nochmal nutzt, auf Instagram, wo auch immer, darüber zu reden. Und dann will er jetzt sein Buch publizieren, seine Biografie und jetzt noch das Interview. Und keine Ahnung, ich bin schon so an dem Punkt, wo ich denke, egal, lassen wir ihm seine fünf Minuten. Die werden dann vorbei sein und dann war es das. Ich möchte ihm überhaupt nicht absprechen zu trauern. Murat kann trauern, so wie jeder andere Mensch auch. Aber in dem Fall finde ich, dass er dabei einen Schaden hinterlässt. Und der Schaden ist nämlich, dass er die Mutter seiner Kinder in dem Fall echt in den Dreck zieht. Ich meine, die Kommentare sprechen einfach physisch. Guckt euch einfach die Kommentare unter diesen Interviews an oder bei Sally in den Beiträgen. Ich kann wirklich nachvollziehen, wenn er einen Abschluss braucht, aber dann nimm doch bitte den Weg und rede mit Sally irgendwie nochmal persönlich, weil sie ist am Ende diejenige, die die Beziehung beendet hat. Warum muss man das so krass im Internet vertiefen? Ich möchte hier auch nochmal klarstellen, dass man hier auch differenzieren muss. Ich sage nicht, dass jede Trennung irgendwie schildschweigend behandelt werden soll. Überhaupt nicht. Es gibt auch Paare, die beide öffentlich sich hinsetzen und dann dieses Thema ansprechen. Was ich ehrlich gesagt auch gut finde, weil generell ist das gesellschaftliche auch so ein bisschen Tabuthema, gerade wenn Social Media Influencer dann gescheitert sind, weil die stehen sowieso bei den Followern auf so einem Baudest und man möchte die Illusion der Follower nicht verstehen und so weiter und so fort. Wie gesagt, der Druck ist auch nochmal eine andere Sache. In dem Kontext finde ich das Verhalten von ihm einfach richtig egoistisch. Davon in Kenntnis gesetzt hat. Hat sie das auch verletzt? Ja. Wenn Sie den Eindruck hatten, es war noch gar nicht klar? Ja, also für mich, für sie war es klar, nehme ich an, für mich war es noch nicht klar. Und es war einfach schlimm, weil ich wusste nicht, was reden die Menschen und was denken sie. Und vor allem, wenn man das jahrelang sieht, wie perfekt es war. Also noch einmal nicht gespielt, es war perfekt. Es war wirklich, wenn ich doch die Bilder vor einem Monat sehe oder was ich immer über sie geschrieben habe, wie toll das alles ist. Murat widerspricht sich so krass selbst. Ich weiß nicht, ob er im Delulu-Land gelebt hat, aber das hört sich wirklich für mich so an. So perfekt kann es nicht gewesen sein, wenn es schon vorher kritisch war und ihm das irgendwie klar war. Das kann nicht perfekt. Ich weiß nicht, so wirklich, wie kann man sich so krass widersprechen innerhalb von zwei Minuten? Für mich ist Murat echt der deutsche Austin McBroom. Und dann siehst du das wirklich, wie Sand aus deinen Händen gleiten. Und dann stellst du die Frage, wie ist das passiert? Wo sind wir falsch abgebogen? Jetzt weiß ich, es ist auch noch unbekehrbar und die Menschen reden über dich. Und die Leute haben es ja alle nicht verstanden, ich habe es auch nicht verstanden. Da kamen dann diese Gerüchte, es kann doch nicht einfach passiert sein. Es kann doch nicht einfach passieren, ist einer fremdgegangen? Nein, also ich habe keine Zeit dazu gehabt, sie wahrscheinlich auch nicht. Also da ist nichts fremdgegangen. Er beschreitet ja auch alle Fremdgegerüchte und so weiter. Ich glaube, das, was ich am meisten lese, ich weiß nicht, ob das Kinder sind, die das kommentieren, aber so viele sind wirklich der Meinung, weil Sally bei Let's Dance mitgemacht hat, ist die Beziehung am Ende in die Brüche gegangen, weil sie ja gar keine Zeit mit ihrer Familie verbracht hat und so weiter. So man kann gar nicht mehr, wenn man verheiratet ist und Kinder hat, kann man irgendwie nicht mehr eigenständig für sich Entscheidungen treffen oder, keine Ahnung, Dinge machen, die einem auch Spaß machen, weil man ständig Angst haben muss, dass irgendwelche Leute reden. Um das abzuschließen, das Interview ging noch ein bisschen länger, aber ich sage euch, den Gesamteindruck, den ich gehabt habe, ist, dass Murat definitiv sich sehr gerne selbst reden hört. Ich finde das auch sehr interessant. Es war auch sehr interessant zu sehen, wie andere, während er darüber erzählt hat, reagiert haben oder geguckt haben oder gelacht haben. Es hat eher mehr so für mich ausgesehen, als würden sie über ihn lachen. Aber, naja, jeder kann das auch anders interpretieren. Ein Psychologe, der daneben gesessen hat, der ist fast gar nicht zu Wort gekommen, weil Murat so viel, also Murat hat ihn zweimal angesprochen, wollte eher quasi für ihn seinen Job übernehmen, hat den Psychologen gar nicht ausreden lassen. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, so oft, wie er angesprochen hat, dass Geld ihm nicht wichtig ist, Geld keine Rolle spielt oder was auch immer. Wenn jemand das so oft anspricht, dann ist es das Gegenteil. Ich meine, jemand, der die ganze Zeit sagt, dass ihm das Geld nicht wichtig ist, aber dann eine Biografie raushaut, einen eigenen YouTube-Channel aufmacht, dann noch ins Fernsehen geht. Jetzt kommen wir mal zu einer sehr, sehr, sehr interessanten Frage. Eine Frage im Kopf, warum haben Sie sich nicht einfach mal zurückgezogen und untereinander geredet? Jetzt guckt mal, wie er darauf antwortet. Das geht nicht, weil es war einfach, es war Weihnachtsgeschäft, es ist alles zusammengekracht, wir haben die Zeit nicht dazu gehabt. Und zu der Öffentlichkeit möchte ich Ihnen was ganz, ganz Einfaches erklären. Meine Frau und ich, wir sind erwachsene Menschen. Also wir haben jetzt nicht uns gefilmt, keine Ahnung, wie wir mit den Kindern am Strand schwimmen gehen oder wie auch immer. Also wir wollten, wir haben das öffentlich gemacht, was wir wollten. Und nicht irgendwie Klamauk. Also mit uns war es immer, durch unsere Filme und durch das, was wir gemacht haben, Menschen Mehrwert zu zeigen. Also es geht nie um Trash-Formate oder um Reality oder wie auch immer. Ist das so lange gut, wie es gut läuft? Also ich fand heute, das ist ganz wichtig zu sagen, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele tausend Videos wir hochgeladen haben. Und ich kann Ihnen heute sagen, es gibt kein einziges Video, was ich heute löschen würde. Nicht ein einziges. Also der beantwortet in erster Linie gar nicht nur die Fragen, sondern der hört auch bei der Frage anscheinend nicht richtig zu. Der lebt offensichtlich halt so krass in der Vergangenheit und hält daran fest, die Frau hat eine super Frage gestellt, das hätte man wirklich zusammen klären müssen. Und keiner kann mir erzählen, wirklich kein einziger, dass nicht vorher schon irgendwie eine Diskussion zwischen Murat und Sally stattgefunden hat. Weil so, wie er das darstellt, ist es ja wirklich, es kam aus dem Nichts. Meiner Meinung nach strengt er sich halt sehr an, bei Menschen dieses Gefühl zu erwecken, dass sie Mitleid bekommen mit ihm, meine Meinung. Er legt sich auf jeden Fall sehr ins Zeug, genauso wie mit dem Fernseher auftritt. Ihr könnt sehr gerne eure Meinung darunter schreiben und ich würde sagen, ich beende das Video an der Stelle und wir sehen uns ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Also, Vielen Dank.